Hey du da vorm Bildschirm! Isst du gerne? Hast du dich schon mal gefragt, wie viel von deinem Essen von Tieren gemacht wird? Oder aus Tieren? Überleg dir zweimal, was du mit nach Hause bringst. Vielleicht findest du ja manchmal auch was Leckeres, das lokal nachwächst. Deine Mitbewohner würden sich bestimmt freuen! Lass uns die Kurve kriegen! Konsumierst du noch oder lebst du schon? Das war's für heute! Vielen Dank.